So, dann endet ihr nochmal eine Runde hier. Mal schauen, was die Elefanten sahen. Schade, ein bisschen mehr hinten wo ich eben durch. So, dann versuchen wir mal unser Glück hier. Zwei Uhr Einsatz in Multivide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, es kommt schon. Wir haben ihn vernympt jetzt. so was das nix leider kannst du auch vergessen tja das war schon wieder das nix zu holen auf 10 cent muss er natürlich ausrasten das war auf 2 euro gemacht so dann wollen wir nochmal hier nochmal reinschauen Feuer frei so 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 und heute drehen wir mal hier ein paar runden los geht's 2 Uhr Einsatz Lucky V wow so 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 da wird es schon wieder weniger Läuft nicht mehr olle lucky Frau hier, einmal nix. Mal schauen was olle Odin bringt hier die 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 Schade, das war es schon wieder. So, dann drehen wir mal hier ein paar Runden. Trouble Trouble Champs, 2 Euro im Satz. Vielleicht mal ein schöner Tröbel. Und wert. Okay, da kriege ich ja nicht mal drei gleiche zusammen hier. Wow, das ging verdammt schnell. So, dann gibt es hier mal einen Goldschatz, dreimal die Truhe, Treasure Hunt. Time. I will. Wow, das ist so cool. da kommt nicht so viel mit mal das war ja wieder eine richtige glanzleistung hier so mission force 3 Feuer frei Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist ein bisschen was vernünftiges hier. Sehr scharf, hier ist es aber nicht. Nummer 10. Ah ja. Was willst du machen? Und mal eine Runde Captain Stack. 10 Freispiele. Eierweinsatz. 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 Okay, da war mal wieder gar nichts versteckt. Wahnsinn. Sohn. Und jetzt die Marks'in. Sohn. Und jetzt die Marks'in. Und jetzt die Marks'in. so wird das nüchtern knauserkopf so dann drehen wir mal eine Runde bei Mystic Dew so schön da bleibt jetzt so verpufft so 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 dann schauen wir uns mal hier zwölf Spiele an da wo bleiben die Schuftrollen im zehnten Spiel ich fasse es nicht das war ja mal richtig wieder hier in Abzocken normalo so 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 Runde drehen, 10 Freispiele gibt es und wir nehmen heute mal einen Kau. Ah, kriegen wir noch was hin hier? Nö, ne, jetzt nicht. So, dann schauen wir mal hier rein, 2 Euro Einsatz, 10 Freispiele. Das ist ja mal sehr unspendabel hier. Oh, das ist aber länger worden. So, dann schauen wir mal hier nochmal rein. Feuer frei. So, dann schauen wir mal hier. Oh, schon besser. So, dann schauen wir mal hier. So, dann schauen wir mal hier. Und dann schauen wir mal hier. So, dann schauen wir mal hier. So, dann schauen wir mal hier. So, dann schauen wir mal hier. Okay, hier war schon mal nichts versteckt. Schade. Jawohl, zweimal Melone. Geil. Schön. Melone ist immer gut. Schick, 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 schick. 200 Raddaten. Und Nöpferling. Ah, nicht ganz. Und Nöpferling. Ah, nicht ganz. Und jetzt sind wir relativ ... Aber es ist ... Schicksal, Barbie, Schick, schick, schick. Vielen Dank.